Hallo! Hallo! Wir hoffen es kommt Kaga Harbour! Vote 5! Alle Mann! Dann zeigen wir euch mal einen Trick für Kaga Harbour, die Map auf PvP-Tup. Ach boing, ich bin wieder runtergefallen. Aber es kann sein, dass andere das auch wissen, weil andere schreiben auch schon Vote 1. Ist es Vote 5? Mein ich ja. Ich schreibe Vote 5. Ich weiß. Der einzige, der Vote 5 schreibt. Ich weiß, es hat mir auch vertan. Jetzt bin ich mal gespannt. Wird die Kaga Harbour? Two, one. Oh Gott, oh Gott. Ja! Oder? Die kenne ich gar nicht und ich bin schon fast tot. Das ist doch kein Kaga Harbour. Ups. Oh nein! Nein, ich bin stark verpasst! Ich hab 3 Eisensachen. Renn nach Norden. Ich hab eine Diamant-Axt. Ich hab ne Eisensachen. Oh, ich dachte, du werd jetzt Kaga Harbour, aber nein. Gut, ich hab die Diamant-Axt. Vorher ist hinter dir. Ah. Der Typ ist einfach, der steht hier bei mir. Der leck, kann das sein. Jo. So, lass hier rein. Lass hier schnell alles durchsuchen. Die Map kenn ich nämlich gar nicht. Ich auch nicht. Die hab ich gleich mal gesehen bei einem Let's Play. Zack, 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 zack. Ne, ich fall wieder in ein Loch. Immer in neuen Maps fall ich in ein Loch, wo man nicht mehr rauskommt. Ich bin jetzt gerade hier in der unterdischen Railway Station gelandet. Hm. Kannst du auch wieder raus, oder? Ja. Wo bist du jetzt hin? Fuck, ich hab ein Greeper ein bisschen getroffen. Wo bist du denn hin? Ich bin hier hinten in so einem dunklen Raum. Ah, ich seh dich da. Ich seh eine Kiste gefunden. Gefunde. Ich auch nicht. Oh, die Kerke. Wollen wir hier rausgehen? Ich geh gerade hier rüber zu den anderen Häuser nach Westen. Moment, okay. Lass uns mal versuchen, welche mit gutem Loot zu töten. Alter, da kommt gleich jemand. Alter, da sind welche auch spawnen. Ich glaub, die sind ein Team. Ja, das sind immer so... Ein so ein Team ist immer... Bleibt die ganze Zeit am Sport. Nee, warte. Dorf ist das ein Team. Lame. Lame. Ey, kann sein, dass hier nichts ist? Die Kiste hat... Die Kiste sag ich schon. Die Map hat schon XRPM, X13 gespielt in einem Video. Das weiß ich noch. Ja. Man muss auch so unter Hecken gucken, ne. Da sind öfters mal... Kann sein, dass hier nichts ist. Die sind, glaub ich, gut versteckt. Hm. 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 Ah, ich hab endlich eine. Oh, ein Dia-Helm. Oh, warte die. Äh, vier Sticks. Hätten wir eine Workbench, kann ich einen Bogen machen. Ja, bringt uns aber auch nicht viel ohne Förde, ne. Das stimmt. Noch ne Kiste. Zwei Enderworlds. Und jetzt hab ich volles, äh... Kribbel, komm mal zu mir! Komm mal zu mir! Fuck, ich kann ein Spinnenleben. Ich komm sofort. Oh Gott, komm. Wo bist du? Oh, du darfst immer nicht mehr. Du hast nen riesen Hauslauf gemacht. Hoppa! Schieß mal! Safety, safety. Nein, nichts, das fehlt da drüber! Crap! Guck mal, meine Rüstung mal! Ich bin Fool! Ich hab auch einen Dia-Helm, ne? Aber den sieht man eigentlich. Ich hab nur Schuhe. Das ist alles, was ich habe. Ja, wir finden dir was. Kiste! Kiste! Oh, ich hab Sachen für dich! Komm mal schnell! Ah, ich hink den Spinnenweben fest! Ah! Genau, in der Stelle hink ich auch in Spinnenweben. Oh, ne, doch nicht. Hier! Komm mal her! Oh! Leave me alone! Hier, ich hab Sachen für dich! Warte, bleib da jetzt stehen! Was ist hier unten? Halt dich doch gerade! Was ist jetzt so falsch? Ach du Böcke! Oh, das hört sich nach Spinnen dahinter an! Da gehen wir nicht rein! Wenn das einfach nur ne Falle! Ich geh mal hier hinten weiter! Ich geh schon wieder an Spinnenwebenfest! Hier ist auch nix drin! Gehen wir mal hier weiter gucken! Oh Gott! Ich hab Hunger! Schutte! Was ist da ein Creeper? Nein! Aber ich hab kaum noch was zu fooden! Mir fehlt ein Herz! Jo, ich bräuchte Hunger zu essen! Ich denke wir müssen falten! Jo, ich hab grad nen Zombie getötet! Hier war ne Falle drin! Ich hab nur noch was zuvedet! Oh mein Gott! Alles geüploadet! Ähm! Muss da irgendwo doch was sein! Es ist ja nicht möglich, dass hier gar nix ist. Dahinten ist was, aber wie komm ich dahinten? Wir müssen einfach Leute töten erstmal, Kribbel. Bist du? Oh, ich hab Food für uns und ein Goldschwert für dich. Ah nee, du hast mit dir alles, ne? Wo bist du? Komm, ich hab Food für uns. Warte mal. Ich hab ne Redstone Schaltung gefunden. Ja warte mal, ich hab Food. Oh, der bringt gar nicht so viel. Hier. Mir fehlen nur 3 Hertz, da weiß ich eh genau. Ich geh jetzt hier rüber zu dem Ding. Oh, da hinten sind sie schon auf der anderen Seite immer. Was? Ja, andere Spiele. Ja los, wir gehen nicht slayen. Warte mal. Oh fuck. Ich glaub die waren zusammen, da sind zwei. Ich muss da irgendwo ne Kiste sein, oder so. Müssen gucken. Ich mach den Obsidian-Bloch. Also nix gegen die Map, die ist echt nice. So will ich kisten? Genau, aber ich bin drin im Obsidian Ding Ah Ah da ist ne Kiste Alter Aber nur Food, aber das brauche ich Du auch noch was? Äh ja, ich bin jetzt gerade in so einer Kirche drin Ähm Ähm Hier sind überhaupt keine Kisten vaccin Hanf Warte jetzt will ich gerade auch den Weg da in Kirche hoch Dann werde ich mich jetzt aufopfern mit dem Köpfen Ich hätte gedacht du wärst hier oben Nein! Au! 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 Au, habe er zu verloren Da muss doch was sein Ach da ist ne Kiste Hm? Nix Gutes Was denn? Fuck wie komm ich hier wieder runter? Ah der Tief läuft weg Ich hab's geschafft Na ist ein Sprung gerade hingeregt Und ich hab schon mal irre viel Hungerbar weg Ja ich wollte dir was geben Du bist ja weggelaufen Ich will den Typen töten man Da ist noch ne Kiste Oh und noch nen Diahelm den ich dir geben könnte Ich will den Typen töten Ich will einfach töten Und wenn ich sterbe ist das auch egal Ja die Map ist scheiße Hey Nicht so pessimistisch Ich bin einfach Kamikaze jetzt Da ist noch ne Kiste Überall auf den Bäumen sind Kiste Oh die ist schon leer Wo bist denn du gerade? In der Stadt Oh Oh Chester Habt ihn getötet Und Chester I know I will Wie den gleichen Weg jetzt Ich hab zurück Hä? Oh Oh Eisenschwert Erste Chest Und nen Bogen Ich hab auch ein Eisenschwert jetzt Nice Andere Ich habe mit einem Ich hab mit einem Aber was hoffen Ich hab mit dem Ich hab mit einem Das ist erst ja Ich hab mit einem Dann Ich hab mit einem Richtig Ein 十 Wie Ich hab mit einem Ich hab den jedenfalls mit meiner Dia-Axt getötet, obwohl der alles enthört hat, ich weiß auch nicht. Oh, fuck, ich bin da nicht hin. Hm? Ich weiß gerade immer, wie ich hier hochkomme. Ah, die Map mag ich nicht. Nee, auch nicht. Lass mal, äh, re-meeten. Ich bin noch bei der Kirche. Oh. Ja, ich will jetzt eben wieder die Kisten holen. Das ist so dunkel hier, ist mein Brian, das ist nur ganz oben. Okay, dann geh ich halt weiter in Tupin's Lane. Mhm. Da genug Food und alles. Oh Gott, nein, ich glaub das ist... Was ist das jetzt ein Dreier-Team? Was ist denn zwei Teams? Nein. Da ist die Kiste. Kribbel, es sind nur noch hier beide und zwei Teams übrig. Kommen wir mal hierher. Es sind nur noch hier beide und zwei Teams. Alle vier sind am Spawn. Ja, ich hol mir eben die Kiste dann ganz oben. Was haben die denn so für Sachen? Keine Ahnung. Die warten. Ja, noch nicht. Also zwei verschiedene Teams aber, ne? Ne, ich glaub das ist ein vierer Team, aber die warten sich alle vier nicht an. Kacke. Die packen wir trotzdem. Ach ne, die streiten sich gerade. Oh Gott, ich renne weg. 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 Nein, tut mir hier nicht. Nein, die sind hinter mir. Die sind hinter mir. Die sind hinter mir. Akryl, die sind hinter mir. Ich kochen gerade. Den ist doch. Na okay, was hat die. Die haben abgedreht. Die sind doch gegeneinander. Also die kämpfen gerade alle. ich bin auch hier irgendwo ich bin jetzt sind die am sport freigelaufen nein da ich sehe dich ich sehe dich ich sehe dich ja warte ich suche gerade eine garage wo ich vorhin ein item gefunden warum oh es geht los einer von denen wurde getötet johannes gesehen kommen wir zu sparen ich hab kein bock auf so viele leute im deathmatch wir rennen da jetzt einfach rein und machen übelste wandale wir spotten das team und nehmen das auseinander aber dann haben wir nur noch zwei einzelner gegen uns also wir töten einen aus dem team das noch übrig ist okay oder setzen der item geworden wir werden so sterben minimal er ist schon mal angeben mit dem was man hat das auch als schwer ich bin auch hochgelaufen wie kommen denn da hoch der einfach hoch ich kann nicht ich muss essen ja gut ich bin tot der muss mich einmal treffen und dann bin ich auch tot ja ich bin auch tot nun gut dann bis zum nächsten mal tschau 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 Bis zum nächsten Mal.